Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiten Runde Innocent Trader Trouble in Terrorist Town. Mit dabei ist der Fischkopp, der Dallukat und der ewig tradende Jack Fleischhammer. Guten Tag erstmal. Natürlich. Hallo, hallo Hinschturz, hallo. Hallo, hier ist ein Portal, ich gehe in Neter. Oh, da gibt es ja tatsächlich Neter. Wir kennen das Spiel, ja es gibt Neter. Ach was, ist die Lava tödlich? Hey, jetzt sagt er schon wieder Neter, ich hasse es nicht. Hier sind Blobs, hier sind... Inno, Inno, ich bin Inno. Inno, Inno, Au, ich werde beschossen. Ich sehe nur nicht, wer mich beschießt. Jack Fleischhammer beschießt mich, Jack Fleischhammer beschießt mich. So ein Quatsch, man. Jack ist es, Jack ist es. Warum gibt es hier keine Waffe in dem kleinen Raum? Ich habe, ich habe nicht mal eine Pistole. Da habe ich eine... Moment. Tun wir leid. Jack? Ja? Liegst du noch? Ich lebe noch, ja. Minjas verstellt sich, glaube ich, mit dem Tod, der ist weggerannt. Fischkopp, ich sehe nicht, Fischkopp. Was? Nicht zum Leuchtturm geben, er hat eine Granate, nicht zum Leuchtturm, ich gehe nach rechts durchkopp. Jack, was ist mit Minjas passiert? Der stellt sich nur tot, der ist weggerannt. Okay, ich habe ihn nicht oben rechts gerade gesehen. Jack found the body of Minjas. Ja, ja, Jack, er rennt hinten. Du hast die Leiche durchsucht. Du hast die Leiche durchsucht und das wird oben rechts angezeigt. Wenn er jetzt nämlich nicht traitert, hätte er nämlich gesagt, dass er tot wäre. Ja. Er ist hinten rechts hinter dem Berg, da wo diese Hütte ist noch. Wo denn? Rechts ist doch noch eine Hütte. Die andere auf dem Berg. Hä? Es gibt drei Hütten in diesem Spiel auf dieser Map. Ja. Ja, und an dem anderen Haus, da war er gerade, aber weiter unten. Es gibt drei Hütten und an dem anderen Haus war er. Ja, du stehst an einem, ich stehe an einem und eins ist noch da. Wieso siehst du mich? Ich bin auf dem Leuchtturm. Okay. Okay, Jack. Aber er ist halt unten im Wasser gewesen. Er kann doch einmal rumgeschwommen sein. Also unten halt. Jack. Jetzt tut er so, als wenn er tot wäre. Ja, jeder hat ihn schon wegrennen sehen. Okay, Moment. Es gibt noch eine Möglichkeit, Dalu. Ja, und wie ist Minja? Ich sehe ihn. Unter dir. Unter dir. Renne doch schneller. Jetzt wird scheiß viel. Boah, er lebt noch. Okay, wo ist er? Da. Ja. Okay, ich hole mir jetzt die andere Waffe. Geil, wenn natürlich nichts gewesen wäre. Wo ist er denn? Wieso kann ich denn? Jack, komm raus. Mann, ich will die andere Waffe haben. Hey, komm mal. So. Hey. Der ist im Wasser. Der ist im Wasser. Den habe ich. Oh mein Gott. Und dann kann ich ins Wasser reingucken von oben. Scheiß Texturenpack. Scheiß Texturenpack. Das ist auch eine Information, die nett ist. Okay, wo ist er denn? Er ist irgendwo im Wasser gewesen untergetaut, aber ich kann es von oben nicht sehen. Ich gehe rein. Seine Leiche siehst du ja auch nicht. Oh, Jack, mach es dir nicht spannend. Du bist doch fast am Ende. Ähm, Jack. Ja? Okay, du lebst doch. Sehr gut. Das hättest du jetzt nicht machen, sondern hätte Fischkopf vielleicht auch nicht geschossen. Ich hätte wirklich gedacht, dass Dalu ist. Mann. Das kannst du dir mal merken. Im Erdmeid. Ich hätte jetzt direkt auf Dalu geschossen wahrscheinlich. Dann wärst du auch schon lange tot. Wer läuft da? Ich bin's. Oh, wie der Fischkopf. Ich bin's. Ich suche Jack. Sparrow! Kannst du ja nicht mehr lange verstecken. In zwei Minuten ist es vorbei. Stimmt, er muss uns ja töten. Äh. Ich geh jetzt die Beinchen hochlegen. Verstehst du, Keule? Er wird sich da, da unten wieder nicht verstecken. Hast du denn Spiel... Oh. Irgendwas hat komischere Geräusche gemacht. Ich habe ein bisschen Angst. Und ich hab'n Gerstenkorn. Sieht man das? Jack, wo bist du denn? Du musst zwei Leute noch töten. Wieso stand da gerade noch zwei Minuten und jetzt steht eine Minute? Haste Mode. Haste Mode. Ich wette, er hat C4 gelegt. Ich hau mal ab aus dem Turm. Siehst du das? Da steht Haste Mode. Was heißt denn das? Dass es dann, dann hastet es halt. Weißt du? Weil nichts passiert. Kann sich halt nicht zurücklehnen einfach. Dann geht die Zeit schneller um. Wo ist er denn? Ah. Ah, das bist du. Ich hab'n ja nie gehört. Nein, nein. Das bin ich. Er ist hier oben im Haus. Fischkopp, ist das jetzt. Was? Hä? Mein Fischkopp wurde erschossen. Deswegen meinest du, das bin ich. Alles klar. Shit. Oh krass, Jack, du Penner. Krass. Ich hab' mir genau noch drei herauf. Aber Dalu, ich hab' überhaupt nicht gerechnet damit, dass du da jetzt kommst. Deswegen hab' ich auf dich geschossen. Also für so einen YouTuber ist es natürlich ganz schön schwer, die Fresse zu halten die ganze Zeit, weil es dann stirbt. Minjas, Minjas, ein Tipp von mir an dich. Ja. Ich mute mich, meistens im TS und rede dann für meine Abonnenten noch weiter. Ah. Verstehst du? Good idea, Alter. This is a very good idea, you know? You know? Ich brauch' das nicht. Ich versuch' einfach immer als letztes zu schlafen. Kannst du die ganze Zeit reden? Hier ist Kohle. Ach ey, da hat er uns noch geholt. Weil du mich auch angeschossen hast, hast mir die 60er Bild weggeballert. Ja, weil du auch nicht gesagt hast, dass du runtergehst. Ich dachte, du bist die ganze Zeit auf dem Turm. Wie wär's hier mit erstmal checken, Namen lesen und so. Ja genau, liest erstmal den Namen. Leg dich hin, leg die Füße hoch, nimm dir ein gutes Buch und lies erstmal. Übrigens auf der Map stimmen jetzt die Dexturen, fällt mir grad auf. Also jetzt sind diese komischen Farbfehler. Ich bin bei Minyas. 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 Bin bei Fischkopp. Minyas, Minyas. Bin es nicht, bin es wirklich nicht. Ok, Granate im Turm. Granate im Turm. Wie im Turm? Ich bin im Turm, ich bin auf dem Turm. Minyas, komm. Minyas. Jack? Ja. Minjas? Das ist gut. Jack lebt noch. Minjas, warum redest du nicht? Weil ich abgestürzt bin. Minjas, lass uns zum Turm gehen, bitte. Ja, wie kann man eigentlich Waffen wechseln? Also, wie kann man seine... Du musst mit Q deine Waffe wegwerfen. Da hast du. Danke. Brauch was Stärkeres. Stärker als die M16? Au! Okay, auf mich wurde geschossen. Ich glaube, es ist ein Turm. Ich habe einen Sniper-Schuss gehört. Aus dem Turm. Aus dem Turm. Meiner Meinung nach. Jack lügt, glaube ich. Alter, Dalu hat er mich geschossen. Dalu hat auf mich geschossen. Ich wusste das. Vom Turm. Dalu? Dalu? Okay, Leute. Minjas? Ja, bitte. Können wir mal bitte jetzt mit vereinten Kräften... Ja, ich bin ja bei dir. Also, ich bin es auf jeden Fall nicht. Ja? Du lebst noch. Ich bin doch da. Der Schuss, der immer an dir vorbeigeht, war ein Sniper. Der war von mir. Aha. Warum? Das war nur so Verwirrung. Okay, auf dem Turm geht was ab. Jack? Ja? Lebst du noch? Ja, ja. Ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Alles gut. Ich höre aber fiese Explosionen auf dem Turm. Dalu? Ich wurde angeschossen. Warum redet er denn? Aber ich wurde richtig angeschossen. Äh. Ich weiß nicht, ich glaube, Jack ist es. Wieso denn ich schon wieder? Schwierig, ne? Bei diesem Spiel kriege ich immer Kopfschmerzen. Ich bin im Turm. Ich bin im Turm. Dalu? Minjas, der hat ihn gerade getötet. Mit Sicherheit. Nee. Wieso nicht mit? Ich war bei Fischkopp die ganze Zeit. Okay, jetzt ist Jack. Ich denke ja eigentlich meistens, dass Minjas es ist. Es ist Jack. Wieso denn ich? Weil er behauptet, ich hätte ihn erschossen und ich war die ganze Zeit bei Fischkopp. Ich stelle einfach nur Vermutungen auf. Du kannst es ... Oh, ich bin tot. Achso. Sorry. Jack? Ja, ja, ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin doch am Leben, wollte ich sagen. Ich bin nicht. Jetzt ist im Turm. Hör auf. Nee, du schießt so mich. Ich bin nicht. Jack? Ja? Warum sollte ich jetzt hier glauben, dass du es nicht bist? Ja, genau. Guter Trick. Guter Trick. Oh, ich bin ... Oh, scheiße. Nein. Ich bin jetzt der Einzige, der quasi reden kann, weil er nicht den Trick angewandt hat oder gestorben ist. Ich hasse mein Leben. Ich will hier nicht hoch. Okay, ich komme jetzt hoch. In Frieden. Nein. Fuck, 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 fuck. Woher schießt der? Auf. Ja, ich war's. Hallo. Ich hab sie alle drei erschossen. Oh, Mann. Ich wusste, dass es da, Louis. Jack, wo warst du zuletzt? Unten vorm Leuchtturm. Ja, genau. Vorm Leuchtturm. Ich war auf dem Leuchtturm. Wieso hab ich denn jetzt seit dem Turm Alarm gehört? Der ist hier auf der anderen Seite. Wie ist denn der Map? Tu eine Scheiße! Minas hab ich richtig gut erwischt. Hätte er nicht gesagt, dass er tot ist, hätte ich ... Das stimmt, ja. Das wäre das gut gewesen. Aber das ist diese Reaktion, weißt du? Das ist wie bei BF. Ja, aber das kriegt man weg. Das kriegt man weg. Okay. Okay, jetzt geht's los. Ich bin Traitor. Der M6 ist doch scheiße. Ich kann mit dem Linus treffen. Innocent. Sag mal, du ... Jacky! Hi. Alles klar bei euch? Jacky! Minas? Ja. Wo ist Dalu? Dalu ist bei mir und ... Ich bin im Nether. Ich komm jetzt aus dem Nether raus, wenn Fischkommet nicht ploppt. Innocent. Inno. Inno. Traitor. Super. Bin's nicht. Oh, fuck. Ich bin abgehört. Oh, Gott. Ich bring mich selber um. Warte, ich stütze mich so zu Tode. Okay, ich bin bei Minas. Minas, 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 Minas. Ich bin bei Jack. Minas, Minas. Wo seid ihr? Jack hat ne Waffe und tut so, als wenn er keine hätte. Das ist natürlich stimmt. Ich hab gesehen, wie du einen aufgehört hast. Ja, guck. Ja, hab's doch wirklich so getan. Ist alles gut. Jack hat ... Jack ist verdächtig, Leute. Er hat wirklich so getan, als wenn er keine Waffe hätte. Und ich wusste es genau, dass er eine hat. Er ist am Leuchtturm. Er ist am Leuchtturm. Okay, kannst du noch mal ganz kurz die Beweislage nochmal wiederholen? Ja, guck, jetzt zählt er. Ich kann nicht mal ne Waffe aufnehmen. Irgendwas stimmt nicht. Du hast wahrscheinlich eine. Nee, ich hab keine. Ah, doch jetzt da. Mausgold. Ah, er hat auch gelogen. Er hätte der auch verdächtig. Jetzt hab ich. Trader Waffe. Stimmt nicht. Was ist ne Trader Waffe? Ja, dieser Jack ist es. Jack ist es auf jeden. Ja, wieso hängt Jack eigentlich alleine da oben rum? Ja, weil er es ist ... Ja, hab mich auch. Jack. Nein. Guck mal da unten. Da oben. Oben. Guck mal, Jack. Dalu. Wo bist du? Wo ist Dalu? Ich bin hier, ich bin hier. Okay, okay, okay. Fisch kann man nicht hier alleine. Minyas hast du mich hier nicht alleine. Hallo? Jack? Ja? Jack ist ... Ja, gut. Ich hab euch nur ... Das ist mit Sicherheit ... Ja, das ist ... Aha. Weil irgendjemand wird von euch schießen. Und dann wiss ich wer es ist. Hundertprozentig. Wo seid ihr? Dalu? Ich verspreche. Minyas, lebt du noch? Minyas, Minyas. Ich muss Cobblestone abbauen. Ja, ich leb noch. Jack hat ne Sniper. Jack hat ... Dalu? Er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch. Wo denn? Er schieß gleich, er schieß gleich, er schieß irgendwie. Minyas? Ich seh ihn, ich seh ihn. Ich bin da, ich klinge noch. Dalu, wo denn? Wo lebt er denn? Er läuft denn jetzt auf den Turm zu. Hallo, das bin ich. Und wer ist hinter dir gewesen? Wo ist denn Dalu? Okay, Jack is this. Jack is this. Ich bin hier bei Minyas. Nein. Ich bin bei Minyas. Ich bin bei Minyas. Alter. Ich bin bei Dalu, wenn ich jetzt schweige. Ich check das immer nicht. Wenn Dalu immer sein ... Der macht den Trick immer. Egal, ob er Traitor ist oder Illocent. Ich wollte wissen, ob Jack nervös wird und schießt, weil ich weiß, dass er es ist. Ich bin es nicht. Doch, wegen dem Shotgun-Trick am Anfang. Das hat doch nichts zu sagen, Mann. Also, es ist Jack. Nein, es ist nicht. Es ist mit Sicherheit. Dalu, es ist 100%ig Dalu. Ey, das ist Minyas. So sieht's aus. Wer hat doch mich geschossen? Ich habe auf dich geschossen. Ich habe auf dich geschossen. Bleib stehen. Wo bist du? Wieso schießt ... Wo? Jack hat Minyas erschossen. Minyas war es nicht. Scheiße. Okay. Jack ist es. Ich bin es nicht. Ich habe Angst. Er hat auf mich geschossen. Lass rein. Lass rein in den Turm. Minyas war es nicht. Ich wurde angeschossen. Ich wurde angeschossen. Nicht von mir. Das ist ein Slyper. Das ist ein Slyper. Ich schieße auf ... Ich schieße auf Jack. Der war's nicht. Fischkopf ist es. Ich habe mir gedacht, dass du es bist. Deswegen habe ich dich angeschossen beim Reingehen. Ich wollte dich aber killen. Der Klassiker-Fischkopf. C4 gelegt. Er will es nicht runterspringen noch. Oh Mist. Nicht nervös werden jetzt auf die Range. Aber ich war besser. Ich war besser als vorher. Muss du sagen. Wo warst du, als du mich getötet hast? Ich habe dich nicht getötet. Ich habe niemanden getötet. Ich habe niemanden getötet. Minyas habe ich nicht getötet. Das war Jack. Und dann habe ich auf Fischkopf geschossen, weil ich dachte, er ist es. Weil Fischkopf spielt mit einer Traitor. Ist immer ein bisschen anders. Aber diesmal war ich gut. Und dann habe ich Fischkopf verfehlt. Und dann hat Jack halt gesagt, dass ich geschossen habe. Da musste ich in den Mund tot machen. Da siehst du sowas. Da musste ich in den Mund tot machen. Ich musste dafür sorgen, dass er nicht mehr singt. Man, dieses Spiel ist so krass. Okay. Okay. Also. Ich finde es gut. Das ist wie bei uns auf Arbeit. Was? Troubling. Jeden Tag ein Mitarbeiter weniger. So, Leute. Wo seid ihr? Innocent. 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 Inno. Inno. Ich bin Inno. Minya ist er zu lange gebraucht. Definitiv. Wo seid ihr denn alle? Definitiv ist er. Für was habe ich zu lange gebraucht? Ich habe überhaupt nichts gesagt. Genau. Eben. Ah ja. Da ist der Punkt. Ah ja. Da ist der Punkt. Da fängt der Hamster der Tumpeln an. Sieht irgendwer irgendwen? Irgendwer ist auf dem Turm? Jack? Ja, Fischkopf. Ruhig, ruhig, ruhig. Ich habe dich gesehen. Jack ist auf dem Turm? Ja, ich bin auf dem Turm. Ich bin auf dem Turm. Hier ist immer noch Busch. Ah, ah, ah. Fischkopf. Dadu hat sich versteckt. Dadu hat sich versteckt. Ich sniper nur den Turm an, weil Jack so runtersnipert. Jack und Minya sind auf dem Turm. Jack und Minya sind auf dem Turm. Jack und Minya sind auf dem Turm. Der bringt mich um. Der bringt mich um. Der bringt mich um. Der bringt mich um. Aua. Du bringst mich um. Leute, Talo schießt auf mich. Komm, schießt auf mich. Fischkopf auf den Schotten und beheut mich ab. Ich bin... Was passiert? Was passiert? Ich hab keine Ahnung, einer von den beiden ist es, hundertprozentig. Ey, du wirst es nicht, oder? Verarsch mich. Wenn sie beide jetzt den Mund halten. Ey, du kannst es nicht verarschen, Mann. Wir spielen so lange zusammen, du kannst es nicht verarschen. Wenn beide jetzt den Mund halten, wer wird es wohl sein? Dann bin ich es doch mit Sicherheit nicht. Soll ich auch noch den Mund halten, dann schweigen wir alle dabei. Ich sehe eine Leiche, ich sehe eine Leiche. Okay, willst du untersuchen? Nee, du hast einen Sniper, ich guck nach. Du hast einen Sniper, ich muss erst gucken, ob das hier frei ist. Der guckt bestimmt hoch, der guckt bestimmt hoch. Ja, ich geh jetzt runter. Ich hab Angst. Du weißt, dass ich nicht bin? Ja, okay, okay. Okay, ich vertraue dir. Okay, sehr gut. Wo liegt die Leiche von mir aus? Ich bin jetzt vorm Turm. Geradeaus, geradeaus. Vielleicht rechts halten. Noch ein bisschen rechts. Oder unter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir ist einer. Achtung, Achtung, Achtung. Da war einer. Wo? Vorsichtig, links von dir, links von dir. Ja, ja, da. Ich höre ihn laufen. Wo ist die Leiche? Ich will die Leiche sehen, damit wir Gewissheit haben. Geradezu, geradezu. Und dann in der Schlucht. Schlucht? Ja, da geht's also nach unten. Ja, genau, da runter. Da runter. Ah, ja. Oh, ich hab was gehört. Ich hab mir die Knöchel gebrochen, nichts Schlimmes. Also Stalu, also ist es Fischkopf. Ah, der ist bei mir. Der ist bei mir, ich kann. Ja! Boah, was ein Schuss. Ich hab das nicht gecheckt, ey. Was ein Schuss mit der Sniper. Oh, ich hab die Bombe unten gelegt und dachte, jetzt sniper ich euch weg. Ey, oh, das ist doch scheiße. Oh, es war, es lief so gut. Ey, wie billig dein Trick war, weißt du, dass es jedem Hinz und Kunz auffallen müssen, ey. Wieso, was denn? Ey, dass du mich so eiskalt erschießt und dann, aber vorher rufst, Dalu schießt auf mich, bevor man den Schuss gehört hat. Du musst doch erst schießen. Ich war doch Hammerbein weg. War scheißegal. Guck mal, hält uns für blöd. Die wusste das erst nicht. Ich komm nicht aus dem Wasser raus, ich bin blöd. Oh, ich bin bei Dalu. Dalu, Dalu, Dalu. Minjas, ich bin bei Minjas, bei mir. Wir sind noch 13 Sekunden, Freunde, komm. 18 Sekunden. Einer von den beiden wird's sein. Ja, natürlich, weil ihr wart's ja eben die ganze Zeit. Ich komm jetzt nicht aus dem Wasser raus. Ich komm nicht aus dem Wasser, Eno. Jack, Jack schießt, Jack schießt. Aber er trifft nicht. Einer ist gestorben schon. Ich glaub, Minjas ist tot. Ja, dann ist Jack, ist das diesmal einfach. Nur, wo sind die beiden? Ich würd gern erst mal eine Leiche finden. Ja, aber wenn es jetzt Minjas wäre, äh, nicht wäre, dann würde Jack ja was sagen. Also der, den wir sehen, der ist es einfach. Stimmt. Oder ist Dalu das jetzt? Oh, wer ist es? Jack, Jack. Aber wollt ihr mich verarschen? Äh. Hä? Hä? Wo ist denn der zweite hin? Ne. Okay, Dalu ist tot. Sag mal, wieso redet jetzt keiner mehr? Das verstehe ich nicht. Da waren doch eben noch zwei Leute. Wollt ihr mich verarschen? Ähm. Hallo? Ich stehe hinter dir. Über dir. Wer war das? Doch nicht links. Links. War ja links. Ich was. Noch ein bisschen links. Okay, Minjas. Nee, Jack. Ich kann eure Stimmen los. Ah! Oh, nicht schlecht. Fisch, komm, du hast mich gekehlt, ne? Beim Hochkommen, du Pfeife. Ich hab's nicht gesehen. Da waren zwei Leute, die haben auch mal da geschossen. Ich hätte ihn vielleicht doch gehabt. Ich hab ihn abgeschossen. Oh mein Gott. Ich kann's nicht aus deinem Alter. Das lässt er dir doch noch entkommen, den Traitor. Weißt du? Ja, geh, geh. Ich hätte den Rücken frei. So, Moment. Hier liegt ne Leiche. Ich hab grad eben klebt er doch noch. Ich hab zwei Leute vor mir gesehen. Einer war tot, der andere war auf einmal verschwunden. Ich verstehe das Spiel. Ich bin mein Dalu, ich bin mein Dalu. Jack Fleischwurst hier. Jack Fleischwurst. Oh mein Gott. Ich krieg Sodbrennen von dem Ganzen. Ich krieg auch schon, dass das Rotbrennen und mein Herz, ey. Mein Herz geht durch. Oh, ich Idiot. Dalu sind am Turm. Ich bin bei Jack unterm Turm. Also vor dem Turm. Also unterm Turm. Wer ist auf dem Turm? Ich bin auf dem Turm. Wo ist Minyas? Innocent. Ach nein. Traitor. What? Minyas. Schön. Das hat man schon in der Vorbereitungsrunde. Traitor wurde entloved. Innocent. Dalu hast du gerade einen Random-Kill gemacht. Nein. Minyas hat sich wieder selbst gemacht. Ich habe mich wieder selbst gemacht. So ein Suizid-Bomber ist der. Okay, ja cool. Wenn alles nichts hilft, starte ich die Runde einfach mal neu. Aber jetzt wisst ihr, ich kann es in der nächsten Runde nicht sein. Ey, sag mal, ich muss nachhören. Ja, was ist denn? Ja, was ist denn? Achso. Okay. Inno. Wir sind Inno. Äh, n. Detective. Achso, das gibt es übrigens auch. Leider in unserer Version anscheinend nicht. Dass man auch Detective sein kann. Oder man muss vier Leute haben. Aber man müsste vielleicht mal gucken, was wir das patchen. Es gibt auch Detectives. Aber nicht unter vier Leuten. So, ich kann es jetzt nicht sein, gell? Ist ja wohl klar. Warum? Ich war auch eben zweimal hintereinander. Ja, weil ich ein guter bin. Was? Inno. Ich liebe das. Inno. Jack ist bei mir. Jack ist bei mir. Ja, Jack, ich bin bei mir. Jack ist bei mir. Alles ist gut. Kann nichts passieren. Jack ist bei mir. Hat er eine Granate geworfen. Hat er im 16 oder? Erstmal ist das gelogen. Ich glaube, Fischkopf ist es. Okay, dann ist das. Shotgun im Turm schießt auf mich. Shotgun im Turm schießt auf mich. Ich habe es genau gesehen. Welche Shotgun ist im Turm? Ich bin es. Fischkopf ist es. Leute, ich schieße mir absichtlich auf Dalu. Ich komme jetzt zu euch. Lasst mich Fischkopf erschießen. Danach könnt ihr mich killen. Leute. Es ist Dalu. Er hat eine Granate geborgen und danach gesagt, dass er es nicht war. Es ist Dalu. Okay, es ist Dalu. Ich schieße auf ihn. Gebt mir Fischkopf. Ich schieße auf ihn. Ich schieße auf ihn. Ich schieße auf ihn. Es ist mir egal. Beim Leben meiner Mutter. Gebt mir Fischkopf. Ja, was denn erstmal? Was denn? Das darf man nicht machen, ne? Okay. Es muss Dalu sein. Ah! Willst du es? Jack schießt auf mich. Jack schießt auf mich. Jack hat auf mich geschossen. Jack. Okay, Jack ist es. Oh yeah. Wer war es? Jack war. Ah. Das ist aber Dalu. Es ist Dalu. Ja, warum wirfst du denn die Granate? Ich verstehe das immer. Warum verdächtigst du mich dann? Und dann lügst du auch noch, dass ich gelogen habe. Ja? Ja, ja. Aber du, dein schlechtes Gewissen war zu groß. Ja, ja, genau. Deswegen hab ich gedacht, okay, ich schnapp mir erst den anderen. Oh Mann, ey. So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. So, eine Runde noch. Wir haben schon 22 Minuten, aber... Zwei. Zwei Runde noch. Zwei Runde noch. Wie, Dalu hat ein Algorithmus draus, oder was? Nein, aber es macht Spaß. Das ist richtig. Warum haben wir jetzt heute Abend ein Nether ge... Also, ich verstehe es immer noch nicht. Ich verstehe nicht viel. Es geht doch auch für 2,59 Euro. Okay, ich bin bei Jack. Ja, ein Fischkopf ist bei mir. Jack ist es. Er verhält sich verdächtig mit einem grünen Pulli auf dem grünen Baum. Trader Versteck. Jack ist es. Jack. Ja. Warum tut ihr das? Inno, 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 Inno. Ich glaube, Jack ist es, ich glaube, Jack ist es. Ich glaube, Jack ist es, mit Sicherheit. Ich komme zu euch, ich komme zu euch. Okay, ja. Jack hat eine Granate geschmissen. Ah, der nicht. Zu dir, Fischkopf. Achtung. Hä? Ich wusste es. Ich wusste es. War eine Smoke. Er schießt auf mich. Jack schießt. Ich habe auf Jack geschossen. Er ist am Portal, am Leserportal. Ich wüsste es. Ich wüsste es. Er ist bei mir jetzt. Jack. Nicht töten. Nicht töten. Jack. Bitte nicht. Bitte nicht. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Ich habe Angst, dass er auf mich da schießt. Ich glaube, erst nachdem ist es Dalu, wie immer. Wieso sagt man eigentlich Minyas nichts? Stimmt eigentlich. Äh? Minyas könnte schon tot sein. Ich glaube, Jack... Minyas? 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 Minyas ist es. Minyas ist es. Nee, nee. Minyas? Nee, nee. Das ist definitiv. Minyas ist es. Moment, ich werfe meine Waffe vom Turm. Und wir suchen die Leiche. Wenn wir keine Leiche finden, ist es Minyas. Ich muss nein! Ich sehe eine Leiche. Fischkopf, lebst du noch? Fischkopf ist es. Minyas, lebst du noch? Weil Fischkopf schweigt. Einer von euch beiden kann reden. Dennis hat euch beide schon erwischt. Dann ist es der, den ich als erstes sehe. Alles klar. Fischkopf oder Minya ist eigentlich egal. Läuft es sich gut da unten? Sorry, ich konnte nichts sagen, weil ich war ein Idiot. Ich bin wieder in den Lava gefallen. Dalu, du hast mich geholt, oder was? Natürlich. Ich habe dich geholt. Oh Mann, ich habe gerade so ein bisschen sinniert, wie ich dich da jetzt wegkriege. Und ich dachte, Minyas lebt noch. Nee, ich bin in die Lava geführt. Nee, aber Minyas hätte ja reden können am Ende. Einer von euch beiden hätte ja was sagen können, wenn ihr beide noch am Leben gewesen wären. Ja, aber Jack, wusstest du, dass Jack tot ist? Ich meine... Ich wusste, dass Jack tot ist. Ich habe seine Leiche ja gesehen. Ach so. Hast du sie durchsucht? Nö, brauchte ich ja nicht. Ich habe ja gesehen, dass er gestorben ist. Oh Mann, ey. Oh, dieses Spiel. Okay, wo ist das? Letzte Runde, ne? Letzte Runde. Ja, letzte Runde. Traitor. Ja. Dalu's machen. Inno. Moment mal, ich spiele gar nicht mit. Inno. Bin bei Minyas. Mini, 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 mini. Ich habe ein paar P verloren. Jack hat auf mich geschossen. Nein, definitiv nicht. Ja, genau. Ich habe hier auch alles voll. Eine Vorbereitungsphase. 20 plus 60. Inno. 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 Jack ist auf. Nein, definitiv. Wo ist Jack? Wo ist Jack? Jack ist Traitor. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Wer hat eine Granate gebraucht? Granate. Irgendjemand hat eine Granate hoch. Wo ist Dalu? Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Oh, da brennt es schon. Ihr könntet ihr sehen, dass ich es nicht war. Oh, Granate. Minyas. Da ist schon wieder was. Ihr könnt sehen, dass ich es nicht war. Ey. Minyas. Ich glaube, Minyas wirft Nades ohne Ende. Minyas wirft Nades. Ja, bitte. Minyas. Unten links steht doch bei dir Innocent, ne? Nee, Traitor. Ach, du bist Traitor, ja? Kannst du mal ganz kurz, also ganz schnell Innocent rückwärts buchstabieren? Was? Sehr gut, der Trick. Minyas ist es. Minyas ist es. Oder wo ist er dich? Irgendjemand. Warum bin ich es? Warum? Das war der Königstrick. Der Königstrick. Absolut. Absolut. Und ich, jetzt wo ich das gerade gemacht habe, muss ich mich daran erinnern, wenn wir das nächste Mal spielen, ich muss mir so einen Zettel hier irgendwo hinlegen, wo Innocent drin steht. Aber den Trick ist es von anderen, also von unserer Runde. Ja, ja, ich weiß, der war gut. Ich habe auch auf Minyas gezielt. Ich glaube, ich habe ihn sogar gekriegt. Ja, ich habe ihn erschossen. Äh, was willst du von mir? Ich soll Innocent rückwärts buchstabieren? Aber ich war wirklich innocent. Ich habe es mit Absicht nicht buchstabiert in der Runde. Ich musste bei mir gucken. Ja, jetzt muss ich bei dir gucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dann. Ja. Und ciao. Tschüss. 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 Tschüss.